In unserer Stadt müssen wir Technologien innovativen machen. Technologien, die zum Beispiel die größere Bildung nutzen. Bei PARKHIR entwickeln wir innovative IoT-Lösungen für die effizientere Nutzung von Parkraum. Das Kernprodukt ist dabei der energieautarke Parkplatzsensor. Mit der Hilfe unserer Sensoren können wir den perfekten Parkplatzspot von jedem Fahrer herausfinden, um ihnen Zeit und Energie zu retten. Für die Stadt und Unternehmen und jeden einzelnen Parkplatzbetreiber bietet unsere Technologie die Möglichkeit, mehr Effizienz und weniger Parkplatzsuchverkehr auf seine Parkplätze zu bekommen. Der Sensor ist installiert und bereit zu gehen in nur ein paar Schritte. Der Sensor erzeugt immer wieder für sich selbst die benötigte Energie. Unsere innovative Energie-Harvesting-Technologie ermöglicht den Sensor zu operieren, ohne irgendwelche externe Kraft. Anstatt die Sensoren alle zwei oder drei Jahre austauschen und warten zu müssen, kommt unser System über 25 Jahre ohne Wartung aus. Unsere Sensorik kann ganz klar unterscheiden zwischen Autos und Fußgängern oder Fahrradfahrern. Wir kustomisieren jedes System, um deine Location und deine Neues zu benötigen. ParkHERE steht für nachhaltige, effiziente und innovative Technologie. Ein Vertrag ist für uns ein Versprechen. ParkHERE. Arrive smoothly. . Untertitelung des ZDF, 2020